Ihr plant einen Schüleraustausch nach Amerika? Ihr sucht nach einem coolen Praktikum in Spanien oder wollt als Au-pair nach Australien? Dann seid ihr auf der Jugend-Infomesse Ich muss weg genau richtig. Am 2. und 3. Mai erfahrt ihr dort alles über euren Traumauslandsaufenthalt. Wir haben viel für Schüler, also da geht es beispielsweise los mit dem Schulaufenthalt im Ausland oder im Highschool-Jahr. Wir haben viel für Schüler, die gerade die Schule verlassen haben. Also was mache ich beispielsweise nach meiner mittleren Reife oder nach meinem Abitur? Wir haben Angebote für Azubis, wir haben Angebote für Studenten und auch durchaus auch noch für Absolventen, die gerade eben auch ein Studium schon beendet haben. Also Zielgruppe grob würde ich mal sagen so bis 27. Je nachdem, in welche Branche man geht, ist es stellenweise Pflicht. Also gerade wenn man irgendwas Internationales studiert oder genau, da ist ein Auslandsaufenthalt eigentlich Pflicht. Da kommt man fast nicht mehr drum rum. Je nachdem, stellenweise auch Bonus. Ich finde ihn für die persönliche Entwicklung, einfach um Erfahrungen zu sammeln, um andere Kulturen kennenzulernen, um auch wirklich seine Sprachkenntnisse zu verbessern, finde ich ihn fast Pflicht. Also da ist es einfach für einen selber unglaublich wichtig. Die Jugend-Infomesse ist am 2. Mai von 9 bis 18 Uhr und am 3. Mai von 10 bis 16 Uhr im Stuttgarter Rathaus für euch geöffnet. Stucki TV wünscht viel Spaß und schon jetzt eine gute Reise.